Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zurück an Bord hier bei Ultimate Admiral Dreadnoughts. Bevor wir in den See stechen, möchte ich euch eine Kanalempfehlung ans Herz legen, die das Wargamer-Herz erfreut. Und vor allen Dingen jetzt seit letztem Samstag und auch vielmehr nächsten Samstag das maritime Wargamer-Herz. Denn auf Strategos Xenophon, Link in der Videobeschreibung und in meinen Kanalempfehlungen, ist der schon ein bisschen länger drin, vielleicht hat der ein oder andere das schon entdeckt. Am Samstag gibt es da ein Kampagnen-Tutorial zu Ultimate Admiral Dreadnoughts. Das Strategos Xenophon, das ist ein Gamer alter Schule, so wie ich einer bin. Und er hat einen sehr, sehr guten Spielgeschmack. Ihr findet da auch Let's Plays, aber der Schwerpunkt liegt ganz eindeutig auf den Tutorials. Und die macht er wirklich sehr, sehr gut. Er durchdringt die Spiele total, erklärt das ruhig, präzise und ihr könnt da richtig, richtig viel lernen. Ich freue mich mega auf dieses Tutorial, denn ich habe in der Kampagne hier bei Ultimate Admiral Dreadnoughts auch noch einige Fragezeichen im Kopf. Und ich bin mir sicher, dass da ein wenig Licht in mein dunkles Gehirn gebracht wird. Ich freue mich wirklich drauf. Lasst ein Abo da, schaut bei ihm vorbei. Lasst bitte auch Grüße von mir, da würde ich mich sehr freuen. Ihr helft uns kleinen YouTubern einfach immer unheimlich mit Kommentaren, mit Likes, natürlich auch mit dem Video schauen. Aber lasst auch mal einen lieben Gruß von Basti da, da würde ich mich wirklich sehr freuen. Aktiviert die Glocke bei ihm, dass ihr die Tutorials auf gar keinen Fall verpasst, weil ihr werdet einfach ein besserer Admiral, ein besserer Kapitän. Es geht los mit dem Tutorial zur Kampagne. Und das ist der Auftakt zu einer Tutorial-Reihe zu Ultimate Admiral Dreadnoughts. Ich freue mich wirklich sehr. Grüße gehen raus an Strategos Xenophon, mein Lieber. Ich bin dir sehr, sehr dankbar für das kommende Tutorial. Ich freue mich da total drauf. Und ja, ich würde sagen, wir machen die Line los und machen sehr klar. Der aufmerksame Zuschauer bei euch hat es längst bemerkt. Was ist denn da los? Haben wir denn jetzt etwa weniger Schiffe? Ja, wir haben weniger Schiffe. Ich habe mir nämlich die Finanzen mal angeguckt. Und ich muss gestehen, ich war jetzt beim Aufbau. Aber auch, weil ich nicht sagen kann, ich habe ja jetzt eine neue Kampagne gestartet und dann die Flotte selber designt, was das alles an Kosten produziert oder so. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind hier über unserem Budget, Budget, wie auch immer, unseren finanziellen Mitteln. Wir bauen trotzdem, auskostet die Welt, unsere Werft weiter aus. Wir müssen die Transportkapazität, die richtig teuer ist, ja, ihr seht das da oben, müssen wir auf Anschlag lassen, um unsere Wirtschaft entsprechend zu stärken, um für einen Konflikt gewappnet zu sein. Das Tech-Budget, was auch ein riesiger Posten ist, gut, ich muss es auch nicht dumm hin und her schieben, man kann es auch hier ablesen. Es ist der größte Posten tatsächlich und auch das ist enorm wichtig. Wir könnten jetzt beim Mannschaftstraining reduzieren. Ich habe mich aber dagegen entschlossen, weil auch eine gut ausgebildete Besatzung, ich als alter Marina weiß das, ja, ein Schiff ist erstmal nur eine leere Hülle und die Besatzung ist es, die diesem Schiff Leben einhaucht. Und es ist der Drill, es ist die Ausbildung, es ist die Routine, es ist die Erfahrung, nicht nur der Schiffsführung, sondern jedes einzelnen Besatzungsmitglieds. Ich bin auf einem kleinen Boot gefahren und da war das natürlich nochmal ganz anders wichtig, wie wenn man jetzt auf Schlachtschiff Bismarck unterwegs ist. Mit, ich weiß gar nicht, die Bismarck hatte wie viel Besatzung? 2.300? Einfach mal eine Zahl jetzt geschätzt, wer es weiß, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Da ist es natürlich ein bisschen anders, ich bin mit 50 Mann an Bord gefahren, ja, da war man mit allen per Du und, na gut, mit dem Kommandanten jetzt vielleicht nicht und dem 1WO nicht, aber mit allen anderen war man per Du. Das war eine sehr, sehr, ja, schöne Atmosphäre, muss ich sagen, aber ich wäre auch gerne auf einer Fregatte gefahren oder auf einem Zerstörer. Genau, also das ist das, was ein Schiff zum Leben erweckt, von daher möchte ich jetzt an der Ausbildung der Besatzung nicht, da möchte ich nicht ran. So, wir gucken uns jetzt mal die Diplomatie an, bevor es weitergeht. Wir fangen mal beim British Empire an. Das ist unser Gegner, ja, das ist der Feind, zusammen mit den Franzosen. Die sind hier mit Spanien sehr schön. Die Engländer nicht so, also, naja, dass mit England da ein Bündnis entsteht, ist wohl abzusehen. Wir haben mit Italien, naja, das sind nicht wir. So, bleib mal konzentriert, Basti. China ist mir erst mal jucke, witzig, dass das kleine, kleine verbündete Nationen hier, ja, in unserer Einflusssphäre, wie hier Kollege Putin jetzt sagen würde. Das geht nicht. Kriegserklärung geht postwendend raus. Ach nee, macht man ja gar nicht mehr als Putin. Das geht auch ohne Kriegserklärung. Es ist ja nicht mal ein Krieg. Wenn ich, mal wieder, wollen Sie es zwei hier spiele, was ich garantiert machen werde. Ich konnte mich bis jetzt dazu noch nicht so durchringen, aufgrund des Ukraine-Kriegs. Kann man jetzt eigentlich, darf man den Überfall auf die Sowjetunion durch die deutsche Wehrmacht oder beziehungsweise durch die Allianz rund um die deutsche Wehrmacht? Kann man das überhaupt, darf man das noch aus russischer Sicht jetzt gesprochen, ja, also, darf man das noch Angriffskrieg nennen oder ist es auch eine Spezialoperation? Also, ich dachte immer, es wäre ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg mit dem Ziel eines Genozids. Aber da Moskau das heutzutage so umdeutet, wäre es doch mal interessant, das vielleicht mal in den Raum zu werfen und mal zur Disposition zu stellen, ob das vielleicht einfach eine Spezialoperation war. Okay, das ist jetzt nur mal am Rande. Aber, ne, hier habt ihr einen Wink mit dem Zaunfall gehört, also so War in the East. Das ist aber eher mittelfristig zu sehen. Italien mit China ist irgendwie merkwürdig. Man könnte natürlich... Wir gehen mal hier ein bisschen raus. Ist das... Wo ist denn China? Das Gelbe ist China. Und das ist irgendwas anderes. Das ist natürlich hier mit Japan, allerdings auch mit England und den USA. Hat es irgendwie gerade so ein bisschen geruckelt. Italien würde ich eigentlich gerne als Verbündeten sehen. Österreich, Ungarn. Was ist mit denen eigentlich? Okay. Italien wäre mir irgendwie lieber. Wie sind die miteinander? Aber die sind aber auch cool miteinander. Was haben wir... Müssen wir nochmal Beziehungen verbessern? Kostet... Ich würde gerade mal bei Finanzen gucken. Das kostet doch bestimmt auch Geld. Ja. Ne. Man kann da einfach nur einen hin... Ah, okay. Mist. Und dann kann ich gar nichts mehr machen. Okay. Wie gesagt, Kampagne habe ich noch so ein bisschen... Ich klicke das immer irgendwie so weiter, weil die mir so flach kommt. Aber da schlummert, glaube ich, ein bisschen mehr unter der Haube, als der Basti dieser Kampagne hat zugestehen wollen. Es ist, glaube ich, auch die Wut über so viele blöde Sachen. Ja. Tooltips etc. Übersicht, Einheitensymbole und so weiter. Dass ich da einfach ein bisschen... Ich nenne es jetzt mal betriebsblind bin. Aber wie gesagt, nächste Woche gibt es dazu bei meinem Kollegen Strategos ein super Tutorial. Habt das wirklich mal auf dem Schirm. Also das wird euch spielerisch einfach nach vorne bringen, ne? So. Wir haben halt auch einfach verdammt viele Schiffe nach wie vor. 79 Schiffe. Ich habe einfach zu viele Zerstörer. Also wir gehen jetzt mal auf Flotte. Ich habe ein paar Zerstörer abgewrackt. Wir haben davon viel zu viele. Kosten, ja. Wir haben davon viel zu viele und immer noch... So, wir sortieren das mal nach einem Typ. Da haben wir das gleichzeitig nach Kosten sortiert. Da wird noch ein Schlachtkreuzer gebaut. Ach du Schande. Kann man das irgendwie... Ne, doch. Stornierung. Ah, Verkauf. Okay. Ne, dann ist ja gut. Die Launenburg. Sollen wir denen lustige Namen geben? Ne, das machen wir nicht. Das ist schön. Ja. Der Konkurrenz da einfach Pumuckl und so. Schlachtschiff Pumuckl. So, wir haben im Willemshafen jede Menge leichte Kreuzer. Hinbereitschaft. Ne, das ist ein schwerer Seekontroller. Wir werden hier welche außer Dienst stellen müssen. Das nützt einfach nichts. Und zwar in Willemshafen. Heidelberg. Und die Wiesbaden. Und die Wiesbaden. Da muss man schon auf Schiff drücken dazu. Was ist hier? Na komm. Entsorgen. Entsorgen. Dann haben wir nämlich nochmal sechs. Kann ich denn eigentlich... Jemand hatte es mir, glaube ich, schon mal quasi beantwortet. Ich werde noch einen Zerstörer in Kiel. Ne, das war falsch. Stornierung des Verkaufs. Kann man denn... Kann man die nicht verkaufen dann? Und was auch noch eine schöne Mechanik wäre, wenn man selber auch Schiffe kaufen könnte, ja? Also wenn ich jetzt technologisch einfach ins Hintertreffen geraten bin, dass ich dann, ähm, ja, in England oder in den USA oder wer halt gerade einfach eine interessante Technologie hat, anfragen kann, ob ich da ein Schiff kaufen kann, ne? Also gerade jetzt so als Weimarer Republik, nach dem Krieg wäre es ja irgendwie interessant, ja, wenn du halt total am Boden liegst. Also ähnlich, sag ich mal, wie Deutschland jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg oder so. So. Wissenschaft ist halt auch das Ding, ja. Also ich glaube, da habe ich auch einfach einen Fehler gemacht, diese Prioritäten immer zu setzen, weil ihr damit natürlich die gesamte Forschung halt total verlangsamt, um ein Projekt oder zwei Projekte zu verlangsamen, äh, zu beschleunigen. Gucken wir uns das jetzt mal an. Wir haben vier Monate, vier Monate, drei Monate, ja, vier Monate, sechs Monate. So, und jetzt mache ich mal welche beliebigen Projekte und setze die mal hoch, ja? Seht ihr das? Na? Also da sind so viele Projekte, also da sind ja alle Projekte quasi vom Betroffenen. Also klar kann man, wenn man sagt, ich will ein Schiff jetzt auf Kiel legen, ja, und dafür brauche ich eben noch hier das Tier, ja, dann mache ich das natürlich, ne? Aber ansonsten, wir lassen es erstmal laufen, wir lassen es jetzt erstmal ruhen und werden auch mal die U-Boote gucken, was kosten die denn eigentlich? Kosten, ja, wir haben viele U-Boote, ne? Wie viel, wie viel haben wir da? 35. Wir werden mal fünf Boote außer Dienst stellen. Es ist, ich weiß wieder nicht, was das ist. Das war der, die Minenleger, da, da machen wir mal drei weg. Ne, zwei weg und dann haben wir, ach komm dann, machen wir vier. Ist das? Höchstgeschwindigkeit, Turnung, Angriff, Besetzung. Mann, ist doch ätzend, oder? Also wer hätte, aber ich will jetzt nicht schon wieder da irgendwie so rum lamentieren, aber es ist einfach so, also Cruiser Submarine, was auch immer ein Cruiser Submarine ist, das heißt dann auch Cruiser Submarine, Ocean Going Submarine SC, also das brauchen wir für, für die Handelskriegsführung, Coastal SSC, okay. Aber trotzdem haben wir da viele, 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 wir machen hier mal Tabula Rasa. Da bauen wir lieber dann neue, moderne U-Boote, ja? So, sechs, neun, zehn, doch, mach mal so, ups, na komm. Alter, so, jetzt haben wir es. Küsten-U-Boote, können wir auch noch weg machen. Ist irgendwas auf See, oder warum kann ich das jetzt nicht? Ist denn jetzt kaputt? Muss ich das einzeln machen? Ja, na, super. Okay. Das sind mal sechs Minensuch-U-Boote. Würde ich drei nehmen. Habe ich gerade Minensuch-U-Boote gesagt? Entschuldigt bitte, entsorgen. Ja, ich weiß, eine Verschwendung von Material, aber, ja, es sind Erfahrungswerte, sag ich mal, ne? Ich habe, wie gesagt, das liegt jetzt letzten Endes daran, ja, dass ich die Flotte designt habe und keinerlei Gefühl dafür hatte, wie viel ich eigentlich hier, ja, supporten kann, sozusagen. So, Tabula rasa. Das hat natürlich nicht so viel gebracht, aber da werden wir einfach neuere U-Boote dann bauen. Das bringt mehr, und die haben wir ja auch schnell gebaut, 18 Boote, ja, das ist so okay. Wir könnten halt noch einen schweren Kreuzer, Rostock, die Karl-Königsburg, ich hänge ja schon an ihnen, ja, muss ich wirklich mal sagen. Schwerer Kreuzer, Schwerer Kreuzer, Rostock finde ich hier wie Frankfurt. Die Frankfurt wird entsorgt, dafür heißt die neue Klasse dann Frankfurt. Wir haben drei Schlachtkreuzer, richtig, ja. Okay, das ist doch jetzt super, ja, also dann, weil ich, klar, wir haben jetzt hier einen riesigen Marino-Fonds, ja, wir können halt über Schiffsverkauf auch, ja, einfach Devisen generieren, sag ich mal. Und, aber ich will auch jetzt eine andere Nation da nicht übermäßig stark ausrüsten, irgendwie. Ja, klar, es sind unsere Verbündeten, aber, ja, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das komisch an. Eigentlich hätte ich das Ganze gesabbelt, was ich am Anfang gemacht habe, könnte ich hier immer während des Ladebildschirms machen. Vielleicht fange ich auch an, das einfach zu cutten, Leute. Vielleicht ist das besser. Also, ich hoffe, die Entwickler patchen das mal. So, Allianz- und Handelsabkommen, Latvia unterzeichnet nach einer langen Phase guter Beziehungen mit Spanien, okay. Schlachtkreuzer können wir, die Lützow-Klasse, Estonia, ja, machen wir mal. Wie können die sich denn sowas leisten überhaupt? Verluste, okay. Flutter, nee. Ich will mal gucken, wo sehen wir denn eigentlich maximale Werftgröße, Schiffbaukapazität. Da sehen wir, wie die ausgelastet ist, ne? Okay. Ja, die müssen wir unbedingt größer, größer, größer. Geht mal in Wissenschaft rein. Was kommt da jetzt als nächstes? Fortgeschrittener Schlachtkreuzer. Yes. Äquator. Der Finanzminister glaubt, dass die Flotte mehr Zerstörer benötigt. Er ist bereit, angemessene Mittel für den Bau von Zerstörern zuzuweisen. Ähm, nee. Also, ich habe jetzt ja gerade welche verschrottet. Und die Flotte, Geld für andere. Ja, das machen wir. Da geht schon wieder das Marine-Prestige runter. Ja, da machen wir das. Ja, ich weiß, eigentlich wollte ich mir das irgendwie nicht angucken, aber ich muss auch mal irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln, ähm, was da passiert, wenn man hier so ein Feld auswählt. So, eine Person wurde mit starken Beweisen festgenommen, dass sie unser Land ausspündet hat. Der Außenminister hat sie gefragt, wie er auf diplomatischer Ebene handeln soll. Ah, wir beschuldigen die Sowjetunion. Ach, geil, Unruhen gehen da runter. Wir sind auch ganz schön hoch, die Unruhen. Handelsabkommen Ukraine und Frankreich. So, okay. Dann schon was los in der Welt. Und weiter geht's. Maximale Werftgröße haben wir jetzt 69.550 Tonnen. Jetzt geht's mal ein bisschen schneller. Interessante Neulichkeit ist ja, warnt ihre Adminaritätsleiter André Nimitz. In Nimitz, ist nicht zu verwechseln mit Nimitz, gegen seine übermäßigen Marineausgaben. So, what? Ich verstehe diese Meldung irgendwie nicht. U-Boot-Abwehr. Sonarstation. Hauptturm. Hä? Was? Da ist ein revolutionelles Gerät, das unter Wassergeräusche aussendet und die Echo hört. Ja, aber... Hä? Ich meine, cool, aber... Hä? Warum wird denn, warum wird denn die Artillerie jetzt hier schwerer und teurer, weil vorne, äh, ein, äh, ja, ein Sonar drin ist? Ja. Okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Das darf man hier nicht überschreiten. Weiter geht's. Der Leiter der Admiralität von China, Duxiang, wurde plötzlich durch Lin Lin ersetzt. So, so. Lin Lin wird kommentiert mit so, so. Okay. So, bitte mal die Füße heben, das Niveau will durch. Okay, das schauen wir uns jetzt mal an. Eurom verfügbar. Fässer für Hauptgeschütze. Vier Fässer. Vier Fässer Bier, oder was? Barrels, ne? Übersetzung. Fässer. Ne, ist klar. Barrel of Whisky. Ähm, erweiterung, erweiterte Sprengladung von rohem TNT Nice. Schwerer Vorfall. Der neue Anführer von Czechoslovakia wird aufgrund einer jüngsten Zwischenfälle in der ganzen derzeit als Bedrohung für Deutschland angesehen. Die Spannung zwischen den beiden Ländern nimmt gefährlich zu und eine Größe auf wird innerhalb der nächsten Monate erwartet. Ihr liebe Leute. Militärischer Konflikt. Greifen Waffen und versuchen Kontrolle über Transwahl. Guck mal hier. Die Österreicher und die Deutschen mal wieder, ne? Zündeln mal wieder. Schiffs Design, neues Design. So, jetzt bin ich gerade mal auf den Desktop geflogen, weil mein Virenprogramm irgendwas blockiert hat. Das ist quasi noch mal ein alter Rumpf. Halt eine größere Tonnage. Schade. Das wird natürlich nicht mehr gebaut, ne? Gerade mal hier. Das ist uns einfach gut gelungen, finde ich. Ist uns einfach gut gelungen. Gerade mal gucken, ob wir das schon irgendwie modernisieren. Also ich werde die noch nicht modernisieren. Ich will gerade mal reinschauen. Hier ist alles noch tippitoppi. Okay. Ausfahrt. Man muss es einfach sportlich nehmen. Die vier Fässer und die Ausfahrt und das Stornieren. Man muss es einfach sportlich nehmen. Sonst wird man hier bei diesem Spiel nicht glücklich. Ist einfach so. Es gibt eine militärische Krise in Bolivia. Die Regierung schlägt vor, die aktuelle Situation zu nutzen, um unseren eigenen Einfluss in der Region zu stärken. Was denkst du? Sind wir schon beim Du, oder was? What do you think? Es ist wirklich, weil ich glaube, es ist mit Google-Übersetzer irgendwie übersetzt. Kann das sein? Ich schicke eine Division. Wo sollen wir das mal machen? Da gehen dann... Unruhen gehen halt hoch. Ja, ich wollte das ja rollenspielerisch so machen. Ja, das ist das einfach hier. Aber das ist dann, wird dann irgendwie zu unkontrolliert. Das kann man machen, wenn ich mehr Erfahrung habe bei dem nächsten Let's Play zum Beispiel. Apropos, wenn wir nochmal Dreadnought spielen. Also ich werde schon das LP jetzt hier vielleicht wieder mit Unterbrechung, ich weiß es noch nicht, ja, aber ich würde schon ganz gern so bis weit in die 40er Jahre hinein spielen. Aber wenn wir dann nochmal ein neues Let's Play auflegen, welche Nation würdet ihr denn dann gerne sehen? England hätte ich keinen Bock. Aber USA fände ich zum Beispiel ganz geil. Japan ist ganz geil. Auch Italien finde ich irgendwie cool. Genau. Aber es ist, ja, das war bei der letzten Staffel sozusagen, dieses Let's Plays, ne? Also wo wir 1890 angefangen haben, irgendwie so unkontrolliert, wenn ich das so rollenspielerisch gemacht habe. Einfach, weil das auch sich manchmal mir nicht erschließt, warum jetzt die Unruhen und zum Beispiel hochgehen, ja? 30% des Marine-Fonds, allerdings kriegen wir dann 5-Marine-Prestige. Interessante Neuigkeiten, Sir. Spanien war der Art, Carlos. Das sind irgendwie so Nachrichten, da kann ich immer nichts mit anfangen. Brasilien geht da. Ja, können sie mal haben. Widerstand ist niedergeschlagen. Über Italien. Somaliland. Wo ist das? Müssen wir hier am Horn da, genau, am Horn von Afrika sein, ja. Okay. Italien ist auch cool, ne? Also die haben nicht in der ganzen Welt dann so ihre Flotte verteilt wie England. Das finde ich einfach nervig. Da bietet das Spiel mir einfach keine ausreichende Unterstützung, um England überhaupt zu spielen. In meinen Augen, ja? Also da diese, das ist ja, habe ich ja schon mal gesagt, das ist alles so nichtssagend, ja? Die Schiffe. Und hier habe ich jetzt irgendwie noch einen Überblick. Aber wenn ich jetzt am anderen Ende der Welt irgendwie auch noch irgendwelche Geschwader habe oder so, dann wird es halt schnell unübersichtlich, warum man da keine Order of Battle einfach hier eingeblendet hat. Und who knows? Also, ja. Ne, Wissenschaft wollte ich mal schauen. Ah ja, kriege ich ein Entfernungsmesser, Zerstörer, große Waffen. Mark 2. 40 cm Mark 2. Mhm. Das ist, nee, das ist jetzt ketzerisch, oder? Darüber nachzudenken, ob wir das auf die Tannenberg bauen. 40 cm Geschütze. Also, machen wir nicht. Hat das ein, eines unserer Schlachtschiffe, ein Motorausfall? Die Journalisten fragen sich danach, wie antworten, fragen danach, fragen sie danach, entschuldige bitte, wie antworten sie, zeigen sie an, okay, dass wir unserer eigenen Industrie vertrauen müssen und uns nicht auf Maschinen verlassen sollten, die von Spanien Empire gekauft wurden? Ja, aber BIP geht runter. Ja, dann gibt's halt ein bisschen Knatsch mit Spanien, aber BIP, 1% ist bitter, ey. Einer unserer Spione wurde in Frankreich erwischt, aber er konnte entkommen und brachte uns wertvolle, geheime Informationen. Der Geheimdienst schlägt vor, diese Erfolgereignisse öffentlich zu feiern, aber, na. Naja. Müssen wir wohl machen. Wegen der Unruhen. Müssen wir gleich mal in die Politik gehen und Entfernungsmesser. 110% Geschwindigkeit der Waffenausrichtung. What? Auch hier wieder. Gut, da ist es irgendwie noch zu argumentieren, dass der Turm teurer wird, das Turmgewicht. Das steht aber in einer vernünftigen Relation, ja. Obwohl 8% bei einem Geschützturm schon auch viel sind. Ich weiß nicht, ob die Feuerleitanlage so viel Gewicht auf die Waage bringt. Aber 110%, das ist ja Waffengenauigkeit, das ist ja echt krass. Munition. Nice. So jetzt. Ja, Portugal. Brasilien. Nee, Tannenberg wird nicht verkauft, Leute. Das könnt ihr euch ein für alle Mal abschminken. Wird nicht passieren. Außer ich verklick mich. So, okay. Politik. Frankreich. Es ist noch im grünen Bereich. Ich will aber Italien vor allen Dingen. Wie viel haben wir denn jetzt dazu bekommen? Geht so, ne? Wir müssen langsam mal an Bündnisse denken. Wir könnten, Japan ist halt weit weg. In Europa sind wir so ein bisschen isoliert, finde ich. Jetzt haben wir uns mit Spanien das ein bisschen verhagelt. Spanien wäre eigentlich jetzt zumindest, was das angeht, das Mittel der Wahl. Ich will mal mit Japan mal die Beziehungen verbessern. Kann ich das jede Runde einmal machen? Ich weiß es gar nicht. Wir müssen gleich mal gucken, ob das jede Runde einmal geht. Wir waren hier technologisch eben geboostet, ne? Min-Jäger-Kit. Zur Mitte, zur Titte, zum Hosenträger, wir sind die deutschen Minenjäger. Ja. Sowas lernt man, wenn man bei der Minenwaffe halt dient, ne? So, überlegene Minenräumeausrüstung. Minenräume, Minen erkennen, okay. Ja, müssen wir eigentlich nochmal einen Minenjäger dann oder Minensucher designen, entwerfen, Beziehungen verbessert. Nice, und das Marine-Prestige geht hoch. Militärischer Konflikt, Indien. Entschuldigung. Äh, jep, kann man jetzt hier jede Runde machen. Dann, ne, wir bleiben jetzt mal bei Italien. Wie ist denn Japan mit Italien? Ja, das ist nicht so tragisch. Aber das war jetzt sehr gut. Also das hat mir jetzt gut gefallen. Äh, Schiffsansicht. Wir könnten mal überlegen, ob wir hier in die Kreuzer und so. Ach, das ist auch ein schönes Schiff. Das haben wir auch gut gemacht, finde ich. Das haben wir gut gemacht. Ähm, hier unten, so. Na gut, das ist schon bei 100%. Wir haben Wasserbomben auf unserem schweren Kreuzer. Aber nicht auf unserem leichten Kreuzer. Hab ich da was nicht mitgekriegt? Okay. Ja, warum auch nicht, ne? Gucken wir mal, was haben wir denn noch? Okay. Da sollen wir noch warten, bis wir noch mehr verbessern können. Wir warten noch mal. Was haben wir für Geschütze verbaut hier? Das sind ja schon, ähm, Mark 3 sind das. Mark 3, 21 cm. Ja, okay. Wir warten noch mal, ja, ohne speichern. für die, für die Modernisierung. Wie wäre das Spiel denn eigentlich zu spielen, wenn das auf einer normalen Festplatte installiert wäre? oder? Also, ich glaube, das ist einfach nicht so gut programmiert, was das angeht. Obo, da kriegen wir was. Große Waffen, kleine Waffen. Mark 4, 15,2. Schiffsdesign, was hat denn der an Bord? 12,7. Mhm. Aber 15 cm ist auch ein bisschen viel für einen leichten Kreuzer, oder? Technologie fortschrittlich. Das habe ich nämlich nie erreicht, wenn ich immer auf diese, ne, auf diese, hier, wie heißt es, Reagenzgläser klicke, bei der Forschung. Dann kommt man hier nicht über Durchschnitt hinweg. Mark 2, 40 cm. Zwei Stück Königsberg-Klasse. Wer? Finnland. Ja. Was macht unser Marinefonds? Den haben wir bald wieder ausgeglichen. Ah, verbessern, gescheitert. Italische Konflikt. Grenzen ändern sich. Okay. Politik. Oh, guck mal. Das Blöde ist nur, dass die mit Italien nicht so sind, ne? Aber mit Österreich-Ungarn. Ich kriege ein, machen wir das mal so. Also da müssen wir jetzt mal ein bisschen an Allianzen schrauben. Wissenschaft. Zerstörerdesign ist on the way. moderne Schlachtschiff-Konstruktion. Nun gut, wir machen weiter. Öl vorkommen. Wir haben ja zum Glück Öl auf deutschem Gebiet. Österreich-Ungarn fordert, dass die Seetätigkeit in der Nähe ihrer Grenzen gestoppt werden, da sie diese als feinstätige Handlung betrachten. Ne, das wollen wir auf gar keinen Fall. Beziehung hier. Boah. Acht, Marine Prestige. Boah. Stimmen Sie Ihrer Forderung zu und versuchen Sie, Sie einer großzügigen Entschädigung zu... Boah. Boah. Habt Ihr eine Macke? Boah. Das ist schon hart. Sorry, unsere Flotte muss frei sein. Also, sorry. Bei aller Liebe, aber, ähm, ich, nee, also, ich lasse mir nicht die Hälfte meines Marinefonds wegnehmen und ich lasse mich in internationalen Gewässern auch nicht, ähm, einschränken schon gar nicht jetzt mit so einem diplomatischen Status, ja, wenn wir da kurz vor einem Konflikt stehen würden oder so, okay, aber, no way, auch das, also, nee. Dann ist das so. Damit, also, nee. außerdem sind wir gar nicht in ihren Gewässern, ja. Auch, ähm, ja, etwas schade, muss man sagen und das jetzt auch, ja. Gut, also, dann, ähm, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Äh, ja, super. Läuft ja jetzt, also in Europa läuft's, boah, achso, das ist Italien, das ist nicht wie, wo ist denn Frankreich, da? Italien schlittert hier auch in einen Konflikt mit Frankreich. Da müssen wir uns jetzt in Europa erstmal raushalten. Ist dann so, ja. aber, also, sich jetzt hier Italien anzunähern, ist zwar schön und gut, aber, äh, die sind ja echt hier auf dem direkten Wege in den Krieg mit Frankreich, da hab ich jetzt noch keine Lust drauf. Wir wollen erst mal, guck mal, technologisch fortschrittlich, ja, da brat mir doch einer Mann Storch. Was ist denn hier überhaupt los? Gibt's da irgendeinen Verbündeter mit der Ukrainer und Belgien? Italien mit niemandem und wir sind mit den, genau, und Brasilien. Drei leichte Kreuze. Was ist denn eigentlich? Mal Flotte. Was ist die denn? Williamshafen. Okay. Es ist einfach, also vor allen Dingen dafür, dass es auch eine globale Karte ist, ja, ist es einfach, ähm, ein Schiff bewegen, boah, es ist, ja, es ist maximal unübersichtlich. Wir werden mal, ähm, die Tannenberg auf Manöverfahrt in die Karibik schicken. Ähm, Tannenberg und Schwerer Kreuzer Emden. Zack. Dass die Besatzung mal ein bisschen Erfahrung kriegt. Und ich werde nochmal was machen. Die Seitlets und manchmal erst mal Schiffe bewegen. Einmal ins Mittelmeer schicken, auf Manöver. die Seitlets und zwei leichte Kreuzer. Dessau und Stuttgart. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber die Marine muss ich auch mal zeigen, ne? Ich würde auch ganz gerne nochmal mal gucken, ob wir so ein paar U-Boote da hoch in die Dänemarkstraße schicken oder vor Skapa Flow kreuzen lassen. Königsberg-Kreuzer Königsberg-Klasse schwerer Kreuzer Emdenberg. Ja, das können die wohl haben. Müssen aber trotzdem mal gucken, wie viele Schiffe wir gerade bauen. Greenland ergreifen Waffen. Okay. Das interessiert uns alles nicht. So, Finanzen. Ja, das passt noch. Okay, dann würde ich mal sagen. Was ist denn das jetzt für ein U-Boot? Sehe ich das jetzt irgendwo? SC. Da. Wir, die müssen ja auch im Blimpser. Man sieht es jetzt hier nicht, ne? Ich sehe jetzt nur U. Muss ich dann hier so drauf? Ich vermute mal, ja, SM. Genau. Shift bewegen. Achso. Ja, okay. Nee, sorry. U-Boot bewegen. Mein Fehler. Mein Fehler. U-Boot bewegen. Natürlich bin ich doof. Also, das ist einfach dieses, naja. Ich kommentiere das nicht weiter, sonst reg ich mich nur wieder auf. Das macht ja für euch auch keinen Spaß, wenn ich da die ganze Zeit mich aufrege. Aber, also, keine Ahnung. Ist einfach Flotten beeinflussen, bilaterale Beziehungen wie folgt. Frankreich gegen Italien. Minus zwei. Red Sea. Neue Technologie. Oh, fünffach Torpedowerfer. Finnland. Ja. Nein. Okay. Red Sea. Ist das nicht dann hier irgendwo? Da. Genau. Natürlich. Ja, okay. Echt denn, weil die, weil die Australier dann da ihre Schiffe haben, oder wie? Also, kann es jetzt auch sein, dass die Tannenberg hier das negativ beeinflusst, ja? Ist das so? Sollen wir mal ins Schwarze Meer einfahren? Sehen wir hier dann jetzt die Reichweite? Umzug, komm, wir fahren mal ins Schwarze Meer. Ach, das ist so blöd gemacht, echt. Also, sorry, ab und zu, ich kann mir da nicht immer einen Kommentar zu verkneifen. Jetzt gucken wir noch mal Wissenschaft. Da kommen wir richtig gut voran. Hier ist ja alles noch auf Anschlag. Marine vor, haben wir auch noch ein bisschen Polster. Wir haben jetzt natürlich ziemliche Ausgaben durch unsere Flottenbewegung, aber das muss jetzt einfach mal sein. Auch, dass die Besatzungen ein bisschen Training bekommen. Dann spielen wir jetzt noch, machen wir den Jahresabschluss noch. So. Interessante Neuigkeiten. Italien wart ihren Abgeordneten. Das interessiert mich überhaupt nicht, ey. Schlachtkreuz der Lützow, klasse. Ja. So. Okay. Damit sind wir am Ende des Jahres, beziehungsweise am Anfang des nächsten Jahres angekommen. Wir gucken uns jetzt gerade nochmal, ach, ich habe jetzt gar nicht mehr die Politik weiterverfolgt. Das war jetzt irgendwie blöd. Nein, machen wir in der nächsten Runde. Wir gucken uns das mal an. Mit Japan haben wir ein bisschen uns verbessert, mit Österreich und Italien. Das fruchtet leider alles nicht so. Also wir sind diplomatisch in Europa ja, noch nicht so angekommen irgendwie. Wir werden jetzt versuchen, möglichst schnell mit Japan in ein Bündnis einzugehen. vor allen Dingen so gegen die Sowjetunion ist das vielleicht ganz nice. Na klar, also jetzt ein strategischer Partner am anderen Ende der Welt. Ist jetzt, sag ich mal, sekundär ganz cool, aber primär wäre jetzt eigentlich ein starker Verbündeter hier in heimischen Gewässern sinnvoll. Wissenschaft, denke ich, sind wir ganz gut vorangekommen. Wir sind erstmalig in der deutschen Geschichte hier fortschrittlich. Und wir werden das weiter so betreiben, ohne diese, also diese Prioritäten ist wirklich fatal. Also ich habe ja auch nicht immer alle drei verteilt, aber man neigt dann irgendwie doch dazu, ach, das brauche ich noch, das brauche ich noch. Und insgesamt kommt man einfach viel, viel langsamer voran, wie ihr jetzt gesehen habt, ja. Shit, was kriegen wir hier? Anti-Flash, okay. Wir brauchen halt große Waffen, die Mark 4, ja, wir kriegen jetzt erstmal wahrscheinlich, obwohl, es kann sein, dass wir als nächstes hier die 28 Zentimeter kriegen, ne, hier damit. Oder wir kriegen nochmal ein größeres Kaliber, was ich nicht hoffe, sondern ich hoffe, dass wir jetzt hier die 28 Zentimeter, ähm, die neue Version davon bekommen. Dann hätten wir nämlich schon für unser modernes Schlachtschiff, also sprich, ähm, die Scharnhaus und Gneisenau, die wir natürlich bauen werden, dann schon mal die adäquate Artillerie, die wir dann da in Drillingslaffetten montieren könnten. Leitstelle brauchen wir natürlich noch. Äh, ne, Zerstörertürme. Zwei. Neue Schiffsteile. Ah, okay. Ne, sondern wir brauchen Entfernungsmesser hier. Da kann man dann mal überlegen, ob man dann da einen, einen Fokus setzt. Hier kriegen wir dann auch nochmal, sehr schön, Heilung der Besatzung, naja, ist doch auch wichtig, ne, die Menschen, dass es mal ums Menschliche geht, wie ich Stromberg sagen würde. Rauchzusammensetzung, Rauchdauer, Aufladung des Rauchs. Mhm. Ja, also, das ist, das ist ein Faktor gewesen damals, ne. Ähm, ich werde mal gucken. Ich habe ganz cooles Material zum Feuerkampf von Schlachtschiff Bismarck mit der Hood gefunden. Das werde ich euch das nächste Mal mal einspielen. Muss ich mal, äh, allerdings nochmal um Erlaubnis fragen. Nächste oder übernächste Mal mal gucken. Äh, das ist ein Faktor, ja, der, der Pulverrauch. Ich nenne es jetzt mal Pulverrauch, auch wenn es jetzt eher für die Zeit der Segelschiffe zutrifft. Ähm, einfach weil, weil du natürlich in der Zeit, wo du, wo du so eingequalmt bist, mit, mit diesem schwarzen Rauch, kannst du das Ziel halt schlecht verfolgen, ne. Und je länger du ein Ziel verfolgst, umso sauberer ist dann natürlich die Feuerleitlösung für die nächste Salve. So, ihr Lieben, wir sind jetzt wirklich am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du hier, ähm, mit an Bord geblieben bist. Bis zum Ende. Ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao. Bis zum Ende. Bis zum nächsten Mal.